Hallo Leute, unser Weg nach Rio geht weiter. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns mal wieder im Flughafen. Wir fliegen jetzt nach Indien mit der Mannschaft und das Hockey World League 4 Finale steht an und jetzt gebe ich weiter an Flocke und mach nochmal. Wenn ihr Lust habt, uns bei dem Hockeywahnsinn in Indien zu begleiten, Eindrücke aus der Mannschaft und vom Turnier zu gewinnen, dann solltet ihr auf jeden Fall das coole Filmprojekt unterstützen. Unter www.startnext.com slash Ecke Schuss Gold kannst du mit deinem finanziellen Beitrag dafür sorgen, dass dieser Film Wirklichkeit wird. Dankeschön.